Sortex, das Outlet für jede Sportskanone in Hamburg. In unserem Megastore in Wilburg bekommt ihr Sportschuhe und Outfits für die ganze Familie. Auf 750 Quadratmetern gibt es ständig neue Markenware zu verboten guten Preisen. Durch den Einkauf riesiger Mengen bekommen wir von unseren Lieferanten große Preisvorteile und die geben wir an euch weiter. Für jede Sportart findet ihr bei uns die passende Kleidung. Ausschließlich Originalware, dafür garantieren wir. Laufschuhe, Tennisschuhe und natürlich Fußballschuhe. Wir haben sämtliche Größen vorrätig. Auch als Vereinsausstatter sind wir euer Ansprechpartner, nicht nur für Fußballmannschaften. Neben unserem Megastore in Wilbrock findet ihr uns auch in Neugraben, in der City und in Billstedt. Für jede Filiale gilt, Angebote bis zu 75% günstiger als die Preisempfehlung des Herstellers. Es lohnt sich also, sich mal wieder komplett neu einzukleiden. Sortex – verboten gute Preise.